Die sich hier angebotene Zwei-Zimmer-Mietwohnung ist ab sofort bezugsfrei. Die gut gepflegte Dachgeschosswohnung befindet sich in Essen. Das im Jahr 1952 erbaute Haus verfügt über vier Etagen. Die Immobilie befindet sich in der vierten Etage und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Die Wohnung verfügt über ein Schlafzimmer und ein Badezimmer. Die Dachgeschosswohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 32 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Dachgeschosswohnung beläuft sich auf 320 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Die Dachgeschosswohnung